Ja Leute, zweite Runde, ich gegen Leon. Diesmal gewinne ich in, Achtung, Kurve. Also Kurve ist ja schon irgendwie ein komisches Spiel. Wir hatten vorhin sogar Probleme mit dem Aufnehmen, das wohl nicht mal als Spiel erkannt. Und ich würd sagen, wir starten einfach. Wart mal kurz. Nein! Warte, jetzt funktioniert's. Okay, ich würd sagen, los geht's. Los, 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 los. Ich bin... Hö, mach was! Mann, die ist tot! Sauber! Was macht der? Okay, warte, geht's. Nein, nein, nein! Mann, jetzt der Idiot! Du weißt, dass du mit X, C und V, gell? Ja, er hatte. Da passiert nichts. Was ist das? Das ist Slack-Vollmann! Ach was! Ich töte dich! Nein, Slack-Vollmann! Slack-Vollmann! Nein! Ja! Was machst du? Irgendwie triumph! Slack-Vollmann! Nein! Ich bin schon lang tot! Das kann ich ja knicken, Mann! Ich hab... Ich hab... Jetzt... Jetzt... Jetzt hab ich 30 Frames, Mann! Was? Ey, der bescheißt mich hier! Der bist ja ein bisschen... Alter! Ich drück... Ich drück und heimisch du nicht später, geht der dann rum! Ich spiele Kurve! Kurve, Kurve, Kurve! Ey, ich glaub, der bescheißt mich hier! Was? Ich bin nicht schon tot bei dir! Na! Nein! Hä? Okay! Lass mal holen! Nein! Yeah! Jetzt geh ab hier! Bam, 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 bam! Nein! Jawohl! Boah, wa... Ich bin nicht schon bei dir tot! Lachen! Es geht schon eine neue Runde los! Was? Nein! Und schon wieder tot! Okay, warte, geht's! Das ist legt voll, Mann! Okay, rüber! Bis hier noch? Nein! Nein! Ich bin einfach immer grad los in mich rein! Nein! Ich zieh dich ab an die Ahnung! Andy, Andy, Andy! Ja, Mann! Weiter! Jawohl! Ich hab vorne! Okay, noch eine Runde! Diesmal nimmst du auf! Was? Das lebt voll, Mann! Ja, Moment! Da muss ich erstmal Fraps starten! Ja, bist doch kacki! Dann wirst du jetzt gezeilt! Jetzt nimm du halt fertig auf! Ja, okay! Also, ich hab 3 zu 10 verloren! Okay, okay! Okay, okay, okay! Also, irgendwie... Okay, warte! New game! Ich glaub, du siehst daran, dass du nicht voll... Full-Scream oder so... Ja, kann sein! New game und komm rein! Ass! Also, ich... Spiel mit Lex! Schaff's trotzdem diesmal mehr als 3 Punkte! Also, Leon, hau in die Tasche! Jawohl, los geht's! Ich spiel bei mir hier Assi-Rot! Nein, geh rüber! Los! Zawawa! Nein, nein, dei! grues zu fjägern!! Eigentlich... Ich... Bisbolos doch mal ein bisschen... Igen... Achter nicht weiter... Okay, soll ich noch sagen, wo du langfahren musst? Man, nein, nein... Ah! Bis dahinter nach oben! Nein, 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 nein... Dreh doch um! Wräusere hoch und fragturar mesmo! Was ist der Wege-Hug het summarer wieder? Uh! Ich schaffe PrISTav ein Punkt! Komm! Esat wie jetzt Då ist das... Und wannist... ich hatte es jetzt mal zu verkackt ist bei uns Stilz sie steht mach Junge auch ihr habt gar nichts gedrückt schloss schlacht ich glaube vor allem ich bin tot jedes Mal wer die anfängt zu lachen weiß dass sie totfisch nein 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 jaa mu 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 ich bin der King auf Kurve man nein ich versuch dir nachzufahren das funktioniert aber nicht immer das ist alles das ist alle die Wohltat für arme Leute was ich hier mach damit sie auch mal gewinnen können ich bin nicht alt man du weißt dass du tot bist ne du warst von mir ist erst jetzt tot also ich sag dir wenn du bei mir tot bist ok sag mir das mal also leg mal du versche los leg leg du bist tot jaa du bist tot nein ok es geht neu los bescheiden du bescheißig also ich drückt jetzt drückt ich warum man ja 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 nein ok nein 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 äh äh dreh ab man jaa 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 ok einfach nochmal ok ok